Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland, die Familie ist jetzt gerade, Luis. Wir sind da. Ja, die ist wieder mal fein, wir haben sehr interessante XRP News, seid auf jeden Fall gespannt. Unter anderem die XRP Community fordert Maßnahmen von Whipple wegen den Preisen. Die sagen, hey, wann gehen wir endlich los, wann geht endlich es los mit XRP. Abgesehen davon, als Metaco übernommen wurde, ja, haben die erstmal den CEO, den Chef, was weiß ich, die Putzfrau alle rausgeschmissen, darüber sprechen wir auch und wir schauen uns ein sehr interessantes Projekt an, um uns bei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, aktivieren die Glocke, bleiben dran, drücken auf gefällt mir, machen, keine Ahnung, zickzack mäßig, looping. Mäßig, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Luis, was ist denn da los? Viele fragen sich gerade, was ist los mit XRP und ich merke auch bei uns in der Community gerade immer mehr Freunde auch, Familie etc., die schon so lange mit dabei waren bei XRP, bei XRP Deutschland. Auf einmal sagen die, nee, XRP ist nichts mehr für mich. Ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, man merkt gerade, wie krass die Emotionen überhand nehmen, obwohl ich sie einfach nicht verstehe. Ich meine, wir erwähnen es ja immer wieder. Wir haben ja damals schon drüber gesprochen vor ein paar Jahren und immer wieder gesagt, dass es ab 2025, ab 2030, dieses Spann erst interessant wird. Besonders im Finanzbereich brauchen wir die Anwendung und ja, hier im Hintergrund haben wir die News. XRP Community fordert Maßnahmen angesichts der sinkenden Preises. Ripple steht unter Druck, darauf zu reagieren. Ja, ich bin auch generell mal gespannt auf ein Statement von Ripple, aber trotzdem Leute, man muss ja sich einfach nur mal im Hintergrund anschauen, was für Partnerschaften, was für Systeme, was für Anwendungen etabliert gerade werden auf den XRP Ledger und ich bin da eigentlich sehr, sehr ruhig. Wie gesagt, wir haben es ja nie anders erwähnt. Ja, aber ich bin auch der Meinung, Luis, da könnte irgendwas jetzt langsam auch mal passieren. Ich finde es ja gut, dass die Community jetzt auch reagiert und ein Statement abgibt, dass sie nicht zufrieden sind und immer mehr, sag ich mal, Influencer jetzt sich langsam auch gegen Ripple, sag ich mal, äußern, dass Ripple auch mal ein bisschen rauskommen soll, weißt du. Der David Schwarz soll mal aus seinem Keller kommen und wir wollen endlich mal gute Zahlen haben. Klar, warten wir auf die Anwendung, keine Frage. Trotzdem können die irgendwas machen. Da das Vertrauen der Anleger auf dem Spiel steht, muss Ripple sein Engagement unter Beweis stellen, um das Vertrauen in XRP wiederherzustellen und einen Weg zur Erholung einzuschlagen. Die kommenden Wochen und Monate werden für XRP entscheidend sein, da es versucht, wieder an Dynamik zu gewinnen und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Ja, wie gesagt, die meisten sind, denke ich mal, einfach nur enttäuscht, da wir die, ja, XRP-Klage, ja, oder gesagt, dass XRP kein Wertpapier jetzt ist. Wir haben ja quasi diesen Teilsieg letztes Jahr am 12.7. bekommen und ich denke, dass wir diesbezüglich sind sehr, sehr viele Anleger sehr enttäuscht, aber wir müssen natürlich auch erwähnen, wir haben gerade aktuell immer noch keine hundertprozentigen Sieg für Ripple, die Klage ist immer noch am Start und das ist sehr, sehr wichtig und es zeigt auch immer wieder, dass es eigentlich nicht anders sein kann, dass dieses Projekt einfach nur klein gehalten wird, aktuell nur hochgepumpt werden. Ich bin zufrieden, wenn wir erstmal die einen Dollar erreichen, Luis, ne, einfach die einen Dollar erreichen und dann erstmal ein bisschen ruhig, weißt du? Ja, Step by Step, das ist sowieso wichtig und vielleicht haben wir die Möglichkeit und das mit Flair, vielleicht kommt die Integration jetzt nach langer Wartezeit hin an und kann es den Preis auf einen Dollar treiben. Es bleibt natürlich spannend, es bringt Smart Contracts, also auch wieder Anwendung auf den XRP-Ledger. Wir wissen, Smart Contracts sind interessant, wenn wir uns Ethereum ansehen, die ganzen Projekte, wo Ripple ja damals nicht drauf gebaut hat auf Smart Contracts, sondern eher auf den grenzüberschreitenden Zahlungsbereich, was immer noch der Bereich ist, wo Ripple hundertprozentig reingehen wird und gerade im Hintergrund auch alles aufbaut. Nur es ist ein Bereich, der halt deutlich länger dauert als Smart Contracts für die Umsetzung. XRP könnte nach einer Partnerschaft, die den F-XRP-Vermögenswert enthüllen würde, endlich in das Flair-Netzwerk und andere Protokolle kommen. Laut Hugo Fillon, Mitbegründer und CEO von Flair Network, würde die Partnerschaft es Entwicklern ermöglichen, die Apps zu erstellen, die mit mehreren Cross-Chain-Assets interagieren können. Also auch hier wieder wichtig für Interoperabilität, denn nichts, Leute, wirklich nichts wird über ein System laufen, sondern vieles über mehrere Systeme und deswegen wird nicht nur Ripple alles übernehmen, sondern neben XLM, XTC und weiteren Systemen laufen werden. Ja, wir wissen ja, dass Ripple generell sehr bullish auf Flair ist, damals schon sehr stark investiert hat und Brad Garlinghouse lobt hier auch nochmal den technischen Betrieb von Flair und behauptet, dass das Netzwerk die schnelle Abwicklung von XRP, den Smart Contracts von Ethereum und den Konsens von Avalanche kombinieren kann, also Interoperabilität, das Connecten von anderen Systemen und erklärt auch, wie sich die Aktivität von Flair von XRP unterscheidet. Und hier haben wir sein Statement. Für mich ist es ein weiteres Beispiel dafür, dass die Menschen erkennen, dass XRP ein so effizienter digitaler Vermögenswert ist, denn Nutzen wird den langfristigen Wert jedes digitalen Vermögenwertes steigern. Ein Unternehmen wie Flair Networks zu sehen und zu sehen, wie sich das XRP-Netzwerk auf verschiedener Weise nutzen, ist eine Chance für die Zukunft, aber es hat keinen Einfluss auf RippleNet in der Art und Weise, wie wir ODL, also On-The-Man-Liquidity oder Ripple Payments jetzt für unsere Kunden nutzen. Also es geht in den Bereich Smart Contracts, wie ich es gerade auch erwähnt habe und hat nichts mit On-The-Man-Liquidity zu tun, wo im Hintergrund jetzt schon die ganzen Jahre getestet und aufgebaut wird. So Leute, der eine oder andere hat es mitbekommen, unser Freund Mattaco wurde ja damals von Ripple übernommen, damals heißt vor, keine Ahnung, mehrere Monate übernommen, vor halbes Jahr etwa und anscheinend hat Ripple dann erstmal den CEO, den CTO, den was weiß ich, alle vor die Tür gestellt und hat gesagt, tschüss, adios Amigos, kein Wunder, dass Mattaco damals pleite gegangen ist, jetzt sind die Big Bubbers am Start und ja. Ja, ich meine, es dauert ja etwas, wenn ein Unternehmen übernommen wird, bis quasi ja die richtige Übernahme am Start ist und dann, wie du sagst, auch ja das ganze Team gefeuert wurde. Die Übernahme von Ripple ist jetzt am Start und Mattaco, CEO und CTO, verlassen das Unternehmen und da wurden erstmal acht Kante hier rausgeworfen, Sina, ne? Ja, Luis, was sollen die denn sonst machen? Die haben gesagt, ihr habt das Unternehmen, was so viel Use Case hat, so ein Unternehmen, was so viele Partner haben wie Mattaco, habt ihr einfach gegen die Wand gefahren und jetzt sind wir am Start und wir werden es auf jeden Fall richtig machen. Ja, Ripple erwarbt das Verwahrungsunternehmen im Mai 2023 für 250 Millionen US-Dollar, ein Deal, der die Expansion des Blockchain-Unternehmens in den wachsenden institutionellen Krypto-Verwahrungsmarkt markiert. Ripple freute sich darauf, sein Unternehmensangebot aufzubauen und gleichzeitig die Technologie bereitzustellen, mit der Benutzer tokenisierte Vermögenswerte verwahren, ausgeben und abwickeln können. Also unabdingbar für die Zukunft, für große Banken und wenn man auch da wieder dieses Netz hier zusammenspinnt, Leute, es ist ja einfach unglaublich, was hier passiert. Solche Dinge, das muss man doch einfach nur verstehen und dieses Puzzle zusammenfügen, dann weiß man genau, was hier in Zukunft passiert. 250 Millionen US-Dollar, das macht kein Unternehmen, was einfach nur irgendwie ein Shitcoin am Start hat und nicht weiß, was in Zukunft passiert. Also eine Viertelmilliarde Dollar, Leute, was soll man dazu sagen? Das ist wirklich unglaublich, ne? Was auch interessant ist, Luis, wir haben ja jetzt die letzte Zeit immer wieder neue Projekte vorgestellt und anscheinend kam das sehr gut an. Hat angefangen mit Evercraft, davor hatten wir auch schon wie Spongebob etc. Viele von euch haben Gewinne gemacht und wir haben uns jetzt einfach als Aufgabe genommen, einfach immer wieder irgendwelche Projekte vorzustellen und jetzt ist Nordex dran und wir haben das Potenzial in Nordex auf jeden Fall auch gesehen. Ja, ein sehr interessantes Projekt mit Demokratisierung von Notinvestitionen und hier haben wir jetzt im Hintergrund nochmal Steigung der Kapitaleffizienz, die Möglichkeit auf passives Einkommen durch Investieren in Nodes und Nordex bietet ihnen Zugang zu Notinvestitionen in leistungsstarke Ökosysteme über das Portfolio, über das Notportfolio von Nordex und hierdurch können wir einfach möglichst einen intrinsischen Wert durch strategische Investitionen in Netzwerk Validierung geben. Also ein interessantes Projekt und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal etwas genauer an. Was ist Nordex überhaupt? Also wie gerade auch schon erwähnt, Zugriff auf profitable Seiten von Krypto mit NoteFi. Ja und Nordex bietet eine Lösung und zwar Investitionsmöglichkeiten, da nicht jeder in der Lage ist, seinen eigenen Knoten innerhalb eines Ökosystems zu betreiben. Hier bietet Nordex den Zugang und niedrige Barrieren, um einer der profitabelsten Teilen von Kryptoinvestitionen teilzunehmen, also dass wir auch die Möglichkeit haben und das sehr stark vereinfacht, dann kuratierte Knoten, also laut dem Research Team erforscht intensiv profitable Knotenpunkte von etablierten und ausstrebenden Projekten. Ja mit einer Erfolgsbilanz von über 8 Jahren im Bereich Notinvesting, auch sehr interessant, also sie haben auf jeden Fall was dahinter stehen, sie haben was vorzuweisen und transparente Berichterstattung, die ich auch immer wieder unglaublich wichtig finde, ein transparentes Projekt, gerade bei sehr kleinen Kryptoprojekten ist Transparenz immer wieder wichtig, sehen wir auch hier im Hintergrund die Tokenomics-Szenar. Ja auf jeden Fall und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja wo kann ich denn Nordex kaufen und dazu muss ich noch folgendes sagen, Nordex könnt ihr erst, ja während dieser Aufnahme in 6 Stunden, wahrscheinlich wenn ihr euch das Video anschaut, nur noch 2 Stunden oder 1 Stunde keine Ahnung, anschauen, weil wir haben gerade 2 Kanal Video aufgenommen, wir haben jetzt Erstkanal Video aufgenommen, müssen gleich noch alles schneiden, Video machen, Videobeschreibung, hochladen, rendern etc. Wahrscheinlich wenn ihr euch das Video anschaut, sind es nur noch 2, 3 Stunden oder ist sogar vorbei und dann könnt ihr schon einkaufen, was auch zu erwähnen ist Luis, da gibt es anscheinend einen Bonus von 20% jetzt gerade in der ersten Phase und es soll auch... Genau, in der Pre-Sale-Phase wichtig, noch nicht auf den Börsen gelistet, sondern in der Pre-Sale-Phase gerade 20%, ne? Ja und soll auch ganz schnell ausverkauft sein, weil die Nachfrage jetzt schon groß ist, ich hoffe, dass es nicht ausverkauft wird, wenn ihr euch das anschaut oder kaufen solltet, aber jeder soll sich bitte das Projekt selber anschauen, was ganz ganz wichtig ist. Ja und was auch sehr wichtig ist, wir erwähnen es ja immer wieder, sind die Follower, ist ja der Hype, was um das ganze Projekt generiert wird, wie viel Geld auch in Werbung gesteckt wird und ich bin gespannt, wie sie jetzt 2024 nutzen werden, ich denke, sie haben eine interessante Anwendung, eine kleine Anwendung, wo sie mit auf jeden Fall große Community-Teile mitkriegen können, jetzt schon bei x6.000 Follower und wie gesagt, der Pre-Sale ist noch nicht mal mehr gestartet, fängt jetzt erst an, die Werbung-Aquise startet jetzt auch, also bleiben wir auf jeden Fall gespannt, wie das mit dem Projekt weitergeht. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes White Paper aufgesetzt worden, wollte ich noch gesagt haben, es gibt ja viele, die schauen sich das gerne gründlich an, White Paper ist auch vorhanden und alles wird unter dieses Video auch verlinkt für euch, könnt ihr euch selber anschauen, selber Meinung bilden, es gibt auch ein NFT, da gibt es auch einen Bonus, also NFT hat auch einen Bonus, man kann den entsprechend auch NFTs kaufen, genau Luis, genau da und es gibt drei einzigartige NFTs anscheinend, die silberne, die turkise und die goldene schwarze, keine Ahnung und die kann man mit BNBs kaufen, ich wollte noch gesagt haben, bei den NFTs gibt es anscheinend auch einen Bonus, müsst ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ich würde einfach mal sagen, Leute, war sehr interessant heute wieder mal mit euch und um uns zwei und vor allem die Familie XAP Deutschland zu unterstützen, ist auch ganz wichtig, klar abonnieren und gefällt mir drücken ist wichtig, aber die Glocke aktivieren ist ganz ganz wichtig, denn sehr viele von euch, fast 90% haben nicht die Glocke aktiviert und es wäre richtig cool, wenn ihr die Glocke aktiviert und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn das neue Gute Laune, XAP Deutschland Video aktiv ist. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt, was ihr zu den Projekten habt, vielleicht habt ihr auch andere Leancoins, kleine Preset-Projekte, die interessant sind, über die wir sprechen sollen, schreibt in den Kommentaren, dass wir uns gerne darüber diskutieren. Ja. Ja. Ciao. Ciao.